Im Moment erproben wir im Rahmen eines Transferprojektes, das wir mit einem Automobilhersteller durchführen, den Einsatz der Companion-Technologie in einer Lehrwerkstatt. Da geht es darum, dass Auszubildende lernen, bestimmte Komponenten in einem Fahrzeug zu montieren und werden unterstützt durch ein Tutorsystem. Das heißt, es ist nicht der Ausbilder oder der Meister, der über die Schulter guckt, sondern es ist ein automatisches System, das die Auszubildenden unterstützt. Und wir verwenden dort Companion-Technologie, insbesondere Gestikerkennung und die Analyse von Blickverhalten des Auszubildenden, um Unterstützung zu leisten und zu beobachten, ob er jetzt die Aufgabe richtig löst oder ob er es vielleicht anders machen soll und setzen das dann in eine Hilfestellung um.